Willkommen und willkommen zu 2014, wo wir das Asus Chromebook C 200 im Samstag haben. Heißt, hier haben wir ein 11-Hour-Bildschirm, trotzdem HD-Auflösung wie auch beim 13er. Genauso 16 bis 32-Giode-Tender-Speicher oder natürlich hierbei noch RAM. Was wir noch hier erweitern können per SD-Karte, allerdings auch der Akku ist mit 48 Wattstunden dergleichen geblieben. Ich lese hier übrigens aber nur die technischen Daten ab. Also wir könnt ihr auch hier kurz anschauen, wenn ihr das Video einfach anhaltet. Und wenn meine Kamera gleich hier fokussieren sollte. 1,16 Kilogramm ist das Video schwer, sollte allerdings bis zu 11 Stunden Akkulaufzeit liefern. So, wir gehen jetzt einfach mal hier kurz an, wie ihr sehen könnt. Schöne Tastatur, also Platz habt auf jeden Fall hier genug zum Tippen. Auch bei dem Trackpad fehlt es an nichts. Wir haben hier natürlich wie gesagt Chrome, wo es installiert heißt, ihr könnt eure üblichen Apps benutzen. Zum Beispiel auch hier die HD-Webcam drin, die hier oben zu sehen ist. Und da seht ihr auch schon, dass die HD-Webcam mit vielen verschiedenen Funktionen ausgestattet ist und sie auch in der Qualität hier. Die HD-Webcam mit vielen verschiedenen Funktionen ausgestattet ist und sie auch in der HD-Webcam mit vielen verschiedenen Funktionen ausgestattet. Und dann haben wir die HD-Webcam mit vielen verschiedenen Funktionen ausgestattet. Ich wünsche euch hier einenчик-Sinkenden, USB 2 und einen SIM-Kartenslot, den natürlich auch unterwegs, sollen wir damit oder das hier verwenden können, je nachdem welche Version er trauft, wird es glaube ich mit oder ohne SIM-Kartenslot auskommen. Vorne nichts. An unserer Seite haben wir hier per viele Schraubenlösen die Möglichkeit eventuell auch den Speicher zu erweitern oder andere kleine Modifikation vorzunehmen, allerdings dann ohne Gewährleistung und auch viel aus Sprecher verpflegt sich hier links und rechts unterwegs. Genau, und das war's noch schon mit einem ganz kurzen Handsondes Asus Chromebook C200. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Bollasch Gahl und vergesst nicht nur ein Schelzer-Problem.